Hallo Freunde, in diesem Video werde ich euch erklären, wie man Samsung Smart Hub-Fernseher entsperrt. Dieses Handbuch ist derzeit die einzige bekannte wirksame Lösung für dieses Problem. Dieses Video ist für alle nützlich, die am 22. Januar und 4. Februar dieses Jahres unter der kürzlichen Erfolg der Entsperrung von Smart TVs durch Samsung geliehen haben. Also fangen wir an. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnen mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn Sie den sogenannten grauen Fernseher gekauft haben, können Sie auf das Problem stoßen, den Smart Hub zu blockieren. Gleichzeitig wurde keine Anwendung zur Verwendung verfügbar. Auf dem Bildschirm wird die folgende Beschriftung angezeigt. Dieser Fernseher ist in der Region nicht voll funktionsfähig. Um dies zu beheben, müssen Sie in das Service-Menü gelangen. Um zu Service-Menü zu gelangen, benötigen Sie eine spezielle Service-Konsole oder ein Smartphone mit Installationsschluss und einer speziellen Anwendung. Auf der Fernbedingung müssen Sie auf Infofactory klicken. Für das Telefon müssen Sie zum Play Market gehen und die kostenlose Anwendung RCOIT hier finden und herunterladen. Der Link wird in der Beschreibung sein. Wir starten die Anwendung hier in der unteren linken Ecke, klicken Sie auf 3 Punkte und wählen Sie Download RCOIT-Datei. Als nächstes suchen wir nach einer Fernbedingung für den Samsung-Fernseher. Wir brauchen eine Service-Fernbedingung. Sie steht ganz am Ende der Liste 2008 im Moment. Wenn Ihr Fernsehergerät mit einem Netzwerkkabel an den Router angeschlossen ist, muss das Kabel angezogen werden, bevor Sie mit den Einstellungen fortfahren. Schalten Sie das Fernsehgerät aus, wenn es eingeschaltet ist, und schalten Sie es bereits über das Telefon ein. Drücken Sie die Router ein-Aus-Taste, klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Info und dann im Factory. Dann sollten Sie sich das Service-Menü öffnen. Nach dem Unschalten auf das Service-Menü können Sie bereits die Standard-Fernbedingung des Fernsehgeräts verwenden. Um zu diesem Menü zu gelangen, war eine L-Kreuz-Anwendung erforderlich. Wenn Sie eine vollwertige Fernbedingung haben, können Sie versuchen, das Service-Menü von dort aus aufzurufen. Drücken Sie dazu auf der Fernbedingung nacheinander langsam die Taste Mode 1, 1, 9, Enter. Und warten Sie, bis das Service-Menü angezeigt wird. Drücken Sie dann 1, 2, 3, 4, woraufhin ein erweitert das Menü angezeigt werden sollte, die bei allen Modellen verfügbar sind. Achten Sie als nächstes äußerst darauf, dass Ihr Fernseher nicht zu einem Ziegelstein wird. Wie es heißt, befinden Sie die streng angegebenen Anweisungen. Optimieren, Öffnen, Locker Set. Hier müssen Sie die folgende Lokalisierung EORS-AVR einstellen. Gehen Sie als nächstes zum Element MRT-Option und öffnen Sie es. Gehen Sie zum Language Set und drücken Sie die Enter. Drücken Sie rechts bis CIS angezeigt wird. Klicken Sie auf Return. Dann gehen wir in die Region. Hier sollten Sie ein paar Neuro-Regionen stellen. Installieren Sie in pnplanguage.de und Wifi-Region Q. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen. Gehen Sie als nächstes zu Factory Reset und drücken Sie Enter. Und wieder Enter. Wir warten bis sich der Fernseher ausschaut. Jetzt müssen wir vortäuschen eine IP-Adresse durchführen. Dazu benötigen wir einen Laptop oder Computer mit einem Wifi-Modul. Wir brauchen einen Laptop oder PC über ein Internet-Kabel mit dem Rotor. Dass er das Internet über ein Kabel erhalten hat, aber nicht überblankt. Wir warten bis sich das Symbol in eine Kabelverbindung ändert. Jetzt müssen Sie zwei Programme herunterladen. Connectify and Hide.me.fp1 Anstelle von Hide.me.fp1 können Sie auch einen anderen praktischen VPN-Client verwenden. Installieren Sie Connectify und stimmen Sie dem Neustart zu. Laden Sie Hide.me.fp1 herunter, installieren Sie es und starten Sie es. Wenden Sie eine Testversion. Wir ändern den Standort z.B. Deutschland und klicken auf Fortverbindung. Öffnen Sie Connectify erneut. Wählen Sie unter Internet-Freigabe die Option Hide.me.adapter aus. Netzwerkzugriff Im Router-Modus. Geben Sie den Namen des Zugangspunkts und das Kennwort an. Klicken Sie auf Access Point ausführen. Wir stellen beispielsweise vom Telefon aus, eine Verbindung zum Zugangspunkt her und prüfen, ob sich die Region geändert hat. Verwenden Sie dazu den Dienst huer.net oder zwei ip.regionDeutschland. Alles stimmt. Schalten Sie nun den Fernseher ein, wählen Sie Deutsch und drücken Sie rechts. Klicken Sie auf Weiter, bis Sie aufgefordert werden, eine drahtlose Verbindung auszuwählen. Wir wählen unseren Zugangspunkt und geben das Passwort ein. Geben Sie im nächsten Fenster mit der Datenschutzrichtlinie auf der Fernbedienung die Schnellvorlaufstaste 2.8.0 links zum Schnellvorlauf ein. Auch in diesem Stadium können Sie eine andere Sequenz verwenden. Mood-Taste, Lauter, Vollplus, Kanal, Hoch, Channel, Mood-Taste. Wählen Sie den gewünschten Smart Hub aus. Der vorherige Datenschutzbildschirm wird angezeigt, indem Sie alle Kontrollkästen aktivieren und ziehen. Als nächstes müssen Sie sich mit einem Konto anmelden. Klicken Sie auf Erstellen oder Anmelden, wenn Sie es bereits haben. Beenden Sie das TV Setup. Nach diesen Manipulationen sollte Samsung Smart Hub aktiv werden. Danach können Sie den Zugangspunkt trennen und ein normales Son- oder Netzwerkkabel anschließen. Und das ist alles. Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.